So, ich seh mich einfach mal auf. Cooles Epic Legs, toll. Beine gebrochen. Wer, du? Wer, du? Ach so, ja. Rein, rennt einer! Nicht Körper. Ok, der ist tot. Scheiße, denn ist grad einer in die Kirche gerannt oder so. Ja, die laufen schon rum. Alle, der hat ja nicht verloren. Allerdings, einer hat doch bestimmt Mac für mich, oder? Nein, natürlich. Ne, ähm, willst du die Karabiner haben? Geht keine Muni mehr. Scheiße. Was ist das denn für Scheiße? Der könnte sich Richtung Mexikisch gelassen haben. So, und rennt noch jemand mit raus. Der will wie hier hoch. Ja, ja, den mein ich ja auch. Ja, der lootet da unten. Guck mal, der Colt ist der stark. Colt, ja klar ist der im 1911. Da lag einer mit einer Axt vielleicht gar nicht mehr. Ja, der ist weg hier. Ich hab jetzt ne Colt ohne Munition und ne Axt. Der rennt in das Haus, ja. Das Rote. In das Rote? Also nicht, also um an. Ja, wo alle, bist jetzt dran dran. Ja, ok. Passt vor allem mit raus und passen wieder auf die Leiter. Ok, warte, ich komm jetzt mit Axt. Ne. Ich hab Axt. Na, wenn jemand hochklettert, dann... Du, da ist auch einer. Ja, da hat auch ne Luder. Ich weiß nicht. So, ok, ich geh jetzt mal zu der Kirche, ja. Und der ist dieser Typ hingegangen mit der starken Waffe da. Ich glaub das war ne G3 oder sonstiges. Ihr habt ne G3, hab hier oben einen. Geiler KV, ja. Ja, und noch nen anderen. Ich schau kurz mal ab, was für eine Waffe der hat. Das bin ich bestimmt. Ne, das ist einer mit ner Karabiner. Ja. M1A1N. Ach so. So, da läuft jemand. Ja, sehen. Ich könnte mich mal ne Waffe oder so unterschmeißen. Ich hab mir grad geben die... Ok, komm jetzt hinten zum Feuerwerk zu... Ach, der rennt, der rennt richtig. So, hier unten rennt alle. Ich bin unten am Krankenhaus. Vorne, vorne die Seite. Ich versuch jetzt einfach zu axten. Ja, da, da wohl alle kommen. Der, äh, da ist. Versuch jetzt zu axten. Ich versuch jetzt zu axten. Der hat ne dicke Waffe. Jaja, aber der hat auch vom Rücken. Und wenn er die wechseln will, muss er stehen bleiben. Und außerdem ist es wahrscheinlich nicht zion leer. Ja. Und ne, ähm, Parabiner, was für Munition braucht man da? Keine Ahnung. Parabiner? Wissen der jetzt alle? Kann dir die Zombies von dem Typen nicht unterscheiden? Ich hab ihn jetzt. Die rennt in den engen Gassen rum. Die rennt zur Kirche. Die Zombies zeigen mir schon den Weg. Lol. Erinnert mich zu Zack, oder was? Alter, ganz ehrlich. Das müssten sie auf jeden Fall rauspatchen. Wenn sie dem Mot- Oh, hier rennt er. Äh, da unten läuft ein Aufwand. Axte doch, du Idiot! Kommt ihr zu Leiter? Hier, ne. Alter, ganz ehrlich. Er hat ne Krober. Warte, er looted. Hab ihn. Ne. Okay. Doch, hab ihn. Hab ihn doch. Warte, ich hab ihn kurz verhält. Ja, komm, die Leiter. Ja, okay. Selbe Tag. Alter, warum macht der solche komischen Bewegungen, der Idiot? Nee. Alter, seine Box sogar. Flipper. Okay, den hat ein Krober. Geh rein da. Ja. Komm doch. Ja. Warum muss der so blöd... Doch, der kann nicht... Ey, komm mal raus. Wir haben die 40. Immer weg von dem. Loll. Okay, baller da runter, ne. Der hat mich einmal getötet. Reingebrochen. Warte. Ja, komm mal, ich komm nach hinten. Ich rette dich. Wo bist du? Ja, ich kann mich auf losieren. Wo bist du denn? Oben. Ja. Ja. Hier liegt, hier unten liegt einer. Sieh den getötet? Okay, ich hab ihn. Alter. Ja, einfach einen Fuß in den Kopf und dann lass den liegen. Muss ich tausend mal auf seinem Körper landen. Ja, wo ist der denn? Sag mal unten, mach Feinder an. Wer denn? Ein Arm, wir singen dann. Ich geh ins am Rotenhaus. Ich muss den Aspeg rein drücken. Ich muss jetzt erstmal ein töten. So. Ja. Einer kommt die Leiter hoch. Leiter hoch. Du bekommst dich? Und hier ist einer drin. Fabian wieder zu reden. Hier am Rotenhaus am Rotenhaus. Hab ihn. Ja, ich bin. Da ist ein roten Haus. Ich habe nicht. Ich habe nicht auf ihn. Ich habe nichts gemacht. Aber das ist nicht bei langer Zeit. Jetzt soll ich noch mal nicht mehr. Zum anderen. Ich bin da. Ich bin da. Alleinigen. Da war ein ja. Ja, ich bin da. Ja, ich brauch schon Blut. Warte, ich komm rein. Wie viel Bloodback hast du denn noch? Echt? Wie viel Bloodback. Wie viel Bloodbacks? Ich hab eine im Inventar und ich glaub ein oder zwei im Grunde. Ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt mein Nettes, was ich dir geben will. Ich hab noch welche. Kann ich dir keines geben. Ich glaub wir müssen dafür raus. Oder geh du mal raus. Ja, warte. Geh auch raus, oder? Ja, ich glaub ich mag den viel nicht. Ich hab hier unten am Roten Haus jemanden getötet, ne? Der hat eine E3 oder sowas gehabt. Das ist ja auch eine Medikisse. Ne, M37 ist das. Ich hab ne richtige Handgranate. Oh Gott, ich bin hier. Ach, das ist bestimmt so ne... Bestimmt nur so ne Farge von ner Double Barrel. Der Ballert war ich. Der Ballert war ich. Ich hab jetzt so ne richtige Jagdschussflinze. Okay, äh, kann ich an die Muni von der die Anfield von denen nehmen? Ne, den nehme ich mal wieder. So, ich will mit ner Schussflinze. Das ist ein Roten Haus. Ich, ich bin hier drin. Ja, ich... Ja, ich... Ach so, drin? Ja, ich bin drin, ne? Hier bist du rausgebracht. Wir standen so draußen. Lol, hier ist ja noch einer. Geh der weg, der Zombie! Zombie, geh der weg! Au, alter! Da unten ist einer, am Eingang, hallo! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Alter, mach die Damage, die Pappgami. Äh, ich will, ich will wegbrennen. Okay! Granate, Stinger... Ja, warte... Stinger, was? Schaufel... Keybox... Webpack... Oh, ich hab nen Revolver! Ich hab ne Vierziger! Wetter ist doch. Sieht gut aus. Okay, mehr als... Oh nein! Oh nein! Okay, ich komm jetzt, äh, Kankenhaus hoch, ja? Weiter? Ja. Ja. Ich hab Blatt weg, sonst schwitzt. Okay, der Mod macht Spaß. Kannst du mir auch noch ein Blatt geben? Ja, ich geb dir... Alter, er lässt dich auch schon immer Zeit, ne, beim Hochgehen. Ne, ich lade jetzt, also, ich nehme erst mal nur 15 Minuten auf. Und dann... Lola, hinten rennt einer, da hinten! Hallo! Töte ihn doch! Hallo! Leute! Kommt mal da hinten, einer, einer am Supermarkt! Ah! Ah! Ne, ich warte noch so wenig schauen! Gut, hier warte ich gut erst mal ne Leiche! Nimmst du jetzt eigentlich schon auf? Ich ja! Ich nehm jetzt, ähm... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich werde noch ganz aufnehmen, hier. Ja, ich werde noch ganz aufnehmen, hier. 15 Minuten, also genaue 15 Minuten. Leute! Malerte, Mann! Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Wir werden beschossen! Ja, werden wir! Getroffen? Ne... Nein, noch nicht, also... Ja, liegt der beim Supermarkt! Ne? Hätten ihr Sehfragen! Ich lieg hier oben! Du ist hingelegt? Ich lieg hier oben, an meiner Leiche! Ja, ich hab ein Stand-Magazin für dich, denn hier liegt alles in meiner Leiche! Ja, ich bin hier im Gletschhof! Oh, so, ja! Ich nehm das mal in meinem Bucksack! Ey, hast du Munition für die Gewei? Bin rein, ne! Oh, guck mal da rein! Vielleicht kannst du dafür wenig was benutzen! Kann essen von euch? Ich hab Essen! Brauch essen! Ok, das ist 51! Warte mal, diese Ball weg! Ok, das Pistole noch zu den Bauch! Ja! Na, ich bin draußen! Ich lieg da vor, dass ich den Typen hier zu loben! Aber der ist nicht! Ok! Ich hab' der jetzt nicht! Ich hab' der jetzt nicht! Ok, gib mir schnell eins! Ok, komm mal! Könntest du mir auch eins geben? Ich hab' wirklich im Rucksack! Ja! Na, ich hab' selber zwei, hier sind doch Kisten! Kann's ja auch gut! Ich hab' den hier gerade! Ja, unten! Was? Ich hab' den hier mal! Ich hab' den hier mal laufen! Was? Beschütz' mal! 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 Ja! Runter! Jetzt schnell runter! Ach geil, ich hab' zwei Granaten, ne! Die Riffle! Ich hab' einmal so'ne... So'ne... Äh, Sting! Keine Ahnung! So'ne... ganz komische Granate und ne normale! Ja! Ich hab' den Spielkorn hatte... Ich hab' den hier draufgebracht! Mach' mal gleich was bei euch! Ey! Da ist einer! Wo kommt der hier hoch? Ich glaub' hier oben ist irgendwo einer, ne? Ach fuck! Bist du? Voll getroffen! Verbindet mich, Leute! Ich bin offen! Ich bin mal kurz weg! Ich bin tot! Gut! Na ja, das war, ich glaub' ich, die Rache von eben! Ich glaub' der ist rückvermacht! Ja, ach! Das war der, den ich eben gesagt hab' Aber nein! Ach so, fett Leichen-Looten! Hauptsache das! Ich hab' keine Leichen-Looten! Und ich hab' zwei... Ja, ich wusste, dass er noch ein Supermacht ist! Du musst den Leichen nirgends g'sehen! Ja, guck' mir doch nicht weg! Jetzt hab' ich zu! Mitten deine Leichen-Looten! Bist du da runtergefallen! Bibi, gleich! Ganz an vorne! Oh, da steckt das hier oben, ey! Okay, ich bin wie ein Drachen! Jetzt grad' auch nirgends geknallt! Lass' mir einen Bajonett drauf! So, sonst steh' ich mal zu! So, warte mal! Ich glaub' der ist oben! Schule! Ne, es ist schon scharf! Aber in der Schule ist auch jemand! Jetzt kommt so viel der Zombies! Ja, Schulleser! Weiß' ich, kann durchs Glas schießen? Fuck! Ich hab' ihn, ich hab' ihn getroffen! Perfekt! Äh, ne, Perfekt! Oder wie auch immer! Durchs Glas geschossen! Der ist in der Schule war! Ja, okay, ich lauf' hin! Also, ja, ne, ne! Oder? Ne, es ist ein Zombie! Naja, wenn er da... Also, runter kann er ja nicht! Aber ich glaub' er lebt noch! Ich hab' ihn nur kurz mal die Beine gebrochen oder sowas! Aber die Zombies geben ihn auf jeden Fall! Ich hab' den Croucher kam'n, ey! Aber lass' ihn! Das ist so nicht normal mit den Zombies! Und dann reiche das, weil ich nicht wo die ist! Ich geh' ihn wieder da! Ich geh' ihn wieder da! Ah, der Croucher! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich weiß' wo! Der Croucher grad' rum! Er braucht nur... Einmal ganz kurz das Zeugen! Hier haben wir ja Croucher zu... Dings hier! Okay, jetzt! Jetzt ist Showtime! Loll! Hier wird drüber geschossen! Aber den müsste ich haben! Na, ich hab' ihn gebrochen! So getroffen? Ja! Ja! Oh, Gott! Er wird drüber geschossen! Aber von woher! Sniperhügel! Wer hat im Moment jetzt ein Sniper? Ist unmöglich! Ja, er ist tot! Er ist vor der Schule zusammengebrochen! Boah, für Schnell! Ich glaub' ihn kurz... Ja! Ich fick dich da! Da oben liegt einer mit einer MP... Äh... Noch etwas... Ja, das ist meine Liche! Meine alte... Ich hab' die Medikation! Bist du das da? Ja! Der, der grad' Liche ist! Okay! Pass auf! Irgendwas snapet jemand! Ja, snapen ist grad' ein schlechtes Wort dafür, aber... Ach, da hinten! Einer Feuerwache ist jemand! Klettert grad' runter! Alles, ich geh' jetzt auch mal hier oben! Okay, ich hab' mir nie... Die Einflug geholt! Auf der Schule oben drauf liegt einer! Da... Tug' ich jetzt grad' mal! Okay! Das ist alles Gutes! Loll! Du hast nicht geschossen, ne? Du schießt nicht, ne? Loll! Ich hab' ja gar keinen Munizum mehr, merk' ich gerade!